So, das ist praktisch Part 2 von Info MP4, nämlich folgendes. Ich habe ja gesagt, dass meine Festplatte keinen Bock mehr hatte und ich bin immer davon ausgegangen, dass mein SATA auf USB kaputt ist. Das heißt, man kauft sich einen neuen, alter raus, naja rein, fertig, oder ich schließe das Ding an und komme zumindest an meine Daten ran, die ich halt auf dem Ding habe. Aber wie sie sich herausgestellt hat, ist die komplette Festplatte da drin im Arsch. Heißt, ich kriege gar nichts mehr davon. Einschließlich in den drei, vier unreligsten Videos und das Beste ist immer noch einschließlich von einem Video, an dem ich über 10 Stunden geschnitten habe, alles in einem. So, das ist ein frustrierendes Fakt, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Deshalb, ich muss mal gucken, die Sache für mich ist eine externe HDD oder sowas absolut essentiell. Aus dem einfachen Grund, dass ich auf meinem MacBook mehr oder minder gefühlt gar keinen Speicherplatz habe und ja, es halt dementsprechend sein kann, dass mein MacBook mit zwei Final Cut Projects, weil die 174 Arbeit gefühlt pro Projekt groß werden, voll ist. Wenn ich die nirgends so aussourcen kann, dann kann ich im Grunde genommen eigentlich nichts mehr effektiv schneiden. Ich habe noch ein altes Resoft Project gefunden, das ich tatsächlich noch nicht gerendert habe. Das wird dann wahrscheinlich Freitag kommen oder sowas. Ich werde jetzt erstmal weiter wieder streamen, als wäre nichts. Da könnt ihr gerne meinen Twitch App checken, Link dazu ist in der Beschreibung. Aber ich muss halt gucken, weil praktisch ohne eine externe Festplatte kann ich das nicht vernünftig machen. Das ist so die Sache. Falls euch da irgendeine Lösung einfällt, by the way, dann könnt ihr mir die auch unheimlich gerne in die Kommis schreiben. Die jetzt nicht vielleicht beinhaltet, kauft ihr eine neue 300 Euro Festplatte. Dann, ja. War es das von dem Infovideo? Ich halte euch nicht länger auf, schönen Abend. Und wenn ihr irgendwie eine Lösung habt oder irgendwas, das mir helfen könnte, by the way, mir bin gerade sehr verschwindelig von den 3000 Lieblings, schreibt es mir doch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wäre unheimlicher Ehrennummer. Ciao.